Also das Medium der Fotografie beeinflusst, denke ich, auf jeden Fall, wie wir die Welt sehen. Fotografie und fotografische Kunst, das seien ja wirklich Welten auseinander. Meiner Meinung nach heute, die Bilder müssen alle perfekt sein, die müssen hundertprozentig sein. Ich glaube sogar, dass der Stellenwert von Fotografie heute mindestens genauso groß oder vielleicht sogar größer ist als je zuvor. Wir werden in unserer Zeit von allen Seiten mit Fotos, ich sage es jetzt mal ganz hart, zugelöhnt. Man liest nicht, man schaut und wisst. Und ob das jetzt Dokumentar oder Kunst ist, das ist am Ende des Tages egal. Hauptsache ist es gut. Aber das Herz hängt tatsächlich immer an der Kunst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018